live Teil 2 von Puzzle Agent was wir in Twitch gar nicht hinterlegt haben, dass wir jetzt Puzzle Agent spielen. Ja okay, das kriegen wir schnell hin. Das kriegt man noch hin, oder? Games and Demos ist ja so, wir machen einfach Puzzle Agent 2 hier auswahlen. Puzzle and Dragons hat hier einfach einen Eintrag, ne, und das andere nicht. Hast du einen Titel? Puzzlen im Regen. Puzzlen im Regen, stimmt mich. Puzzlen im Regen. So nennen wir auch das Video später. Saugut. Also ich bin der Renten und neben mir sitzt der Mick. Peace. So jetzt geht's los. Chat musst du noch aufmachen. Ah ja, den hatten wir doch eben. Hier, da ist er. Eieieiei. Sehr gut. Play Game. Game Number One. Superior Conundrum Cracker. Wir hatten hier das letzte Rätsel, was wir gemacht haben, war bei denen, ne? Ja genau. Mit den Bugs. Hä? Let's try it. Let's get hooked. Hä? Müssen wir es nochmal machen? Hat er es nicht gespeichert, das letzte Mal? Anscheinend nicht. Zum Glück weiß ich noch die Lösung, glaube ich. Jetzt bin ich mal gespannt. Es war immer zwei, drei, drei. Ja genau. Ne, das ist ein anderes Rätsel. Das letzte Mal war mehr von den pinken Käfern. Ist ein anderes. Sicher? Ja, ja, ist ein neues. Das ist ein zweites. Ja, wir haben im Chat, ne, Chat ist da alles klar. Äh, ich glaub ich hab zuerst schon. Glaub ich. Äh. Ne. Ja doch. Das würde Maru bei. Schauen wir mal, wie es am Ende wird. Ja, so wenig Striche wie möglich immer. Ja, ja, genau. Ähm, wir haben immer schön die gebrauchten Kaugummi sammeln. Ich hab heute Mittag schon angefangen damit. Geil, bisschen Angst getreten. Ganz wahre Arbeit, aber... Vier Stück brauchen zwölf Squares. Ja, es kommt leider genau so, wie ich mir gedacht hab. Das ist zu obvious. Wieso vier Stück? Ja, hier, die brauchen drei. Ja. Und wenn du die hier zusammen packst, brauchen die so viel. Zwölf. Also ist das schon falsch? Weil das sind fünf, die brauchen 15. Okay. Das geht also nicht. Denk dran, nicht auf Submit klicken. Das könnte... Ich versuche es diesmal zu vermeiden. Also ich glaub der erste ist hier. Dass wir direkt wieder mit soem Käferscheiß anfangen müssen. Nur mit dem feinsten. So, dann haben wir das hier nämlich mal... Muss noch zumachen. Ist zu. Ne. Na da, hier, so. Jetzt ist zu. Das wär das erste. Gut, da kannst du ja grad die in eins packen. wieder. So wie ich es vorhin hatte quasi. Nur anders. Aber wie kriegen wir dann die hier rein? Das macht keinen Sinn. Hier haben wir wieder ein anderes Problem. Und der hier ist auch ein Problem. Der hier braucht mindestens eine Fläche von drei. Der würde jetzt vier bekommen. vier. Wieso gibst du den vier? Vier. Ah, das geht auch nicht. Schwer, schwer, schwer. Ja, hast du recht. Wieso gebe ich den vier? Hier. Heinehmer. Servus. Der hier braucht... Wir kommen zurück. Wir kommen zurück. Oder die brauchen drei oder neun. Ich würde es ja so machen. Das hier so. Aber dann kommt die beiden hier, ne? Den Square. Die beiden sind jetzt grad ein Problem für mich. Du brauchst vier, ne? Ja. Mehr wie vier ist kacke. Das einzige was geht ist so. Das wär gelöst. Lass damit. Äh, ich glaub den Strich brauchst du gar nicht. Den kannst du weglassen. Doch. Die müssen noch in vierer Squares sein. Das ist ja der Trick von dem Rätsel. Stimmt, stimmt, stimmt. Vergessen. Ja, ich glaub was anderes macht keinen Sinn. Hallo, hau rein. Rejected, 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 rejected. Ich glaube, das einzige was ich mir Rejected vorstellen kann, dass man weniger Striche benötigt. No, lucky you. Super Bugs in Boxes. 1, Job. Eine gute Nachricht, die dich vielleicht freut. Wir haben bisher noch kein Kaugummi verwendet. Ja, durch 1. Er hat übrigens Puzzle Agent 2 durchgespielt, habe ich letztens erfahren. Der 2er soll von der Story ja nicht so gut sein. Habe ich mir sagen, ich muss die. Nein, keine Puzzle. Aus! Oh, shit. Stimmt, wir haben wir das letzte Mal durchlaufen lassen. Loner Steve hat eine Ordnung von Keramik Gnomes bereit zu schicken. Und hier kommen seine Avian-Mail-Carriere. Schreibe Länge, um die Fright- zu Burt-Legs anzunehmen, um diese Regeln anzunehmen. Ach, nö. Das ist wieder alles klar. A Mallard can carry 2 Gnomes per Leg. Oh, scheiße. Okay. Snipping Tool. Wir, äh, schießen wieder. Uns selbst. Indem wir uns einen Screenshot machen. Von den Regeln. So, Birds may team up on heavy loads. Carrying in each... Each carrying what he can. Freight must be balanced evenly between a bird's two legs. Lines can't cross or the shipment will become tangled. Okay. Also, Mallard sind 2, eine Eule sind 1,5 und eine blaue Vogel 1. 1,5, 2, 2, 1, 1. Linien dürfen sich nicht überschneiden. Das heißt, mit der Hände kannst du schon mal... mit der ganz links kannst du den Beutel ganz links schon mal nehmen. Ja. Das macht ja Sinn. Du machst da auch den Beutel gleich rechts. Ja, das muss auch so gehen. Das sind dann auch 2. Irgendwie so wird das... Ja, das darf sich nicht überschneiden. Ja, das darf sich nicht überschneiden. Wir haben die können die blauen können 1,5 pro Bein. Ne? Also, das hier wäre... Ne, pro Bein. Das sind dann drei. Ja, pro Bein. Ja, pro Bein. Das sind dann drei. Dann haben wir die hier. Dann haben wir das 2. Das ist schon mal abgeschlossen. Ne, Moment. Hier fehlt einer. Wieso? Hier, es fehlt noch ein Vogel. Der muss den tragen. Das sind 5. Ach so, 2 pro Bein. Ne, doch. 1,5 und 1,5 ist 3. Das ist aber... Das ist keine Eule. Das ist der Bluebird. Ach, der kann nur eins tragen. Äh. Der trägt dann den hier. So. Äh. Okay. Jetzt wird so... Die Eule kann 1,5 tragen. Das wäre dann das hier. Dann wären wir hier bei 3. 5. Fertig. Wow. Schwerste Rätsel auf der Welt. Sag mit. Schwerste Rätsel. Wie vorher gerechnet. Nee. Sehr gut. Mach den Snippet Wack? Mach den Snippet Wack? Mach den Snippet Wack? Du bist Wack! Mach den Snippet Wack! Sehr gut! Okay, hat er noch mehr? Oh, er hat ihn einen Peepel. Business? Wie ist das Geschäft? Wer will wissen? Ich mache nur eine Gespräche. Vielleicht kannst du mir etwas herausfinden. Das macht mich verrückt. Ja, im Bild. Ah ja, okay. Dann ist das hier schon mal so. Das hier ist so. Das hier ist so. Damit ist abgeschlossen. Das hier ist so. 1, 2, 3, das ist fertig. Das ist fertig. 2, auch fertig. 4, fertig. Ah, jetzt wird es tricky. Warum? Ein Vogel darf nichts tragen. Das können ja auch mehrere einen Sack tragen, oder? Du kannst ja, ach so, es muss evenly balanced sein, oder? Es muss evenly balanced sein, genau. Aber wenn ein Vogel nichts tragen darf, darf man das überhaupt? Ja, scheinbar schon. Das ist wohl der Trick an dem Rätsel, weil es ist definitiv hier zu viel los. 1,5, 1,5. Also die Eule darf gar nichts. Doch die Eule darf es tragen, wenn man das so macht. Die tragen einen Sack. So will es gehen. Und die mittlere Ente trägt den vorletzten. Ja, aber dann fehlt uns immer noch einer hier. Mit ihm in die Match. Du verstehst? Hier, das ist nicht evenly matched. Wenn wir das so machen, trägt der zu viel. Mhm. Und der hier hat auch nicht. Ah, das ist schwer. Okay. Wollen wir machen ein Reset. Das ist mehr nachdenken, auf jeden Fall. Sollen wir mal rechts anfangen? Okay. Wenn wir die Eule benutzen. Die Eule müssen wir aber benutzen. Das heißt, das muss auf jeden Fall hier dran. Die fliegen den Sack. Die Ente kriegt zwei pro Bein, ne? Ja. Ah, ich glaube, ich habe es. Ne, habe ich nicht. Dann crossen die ja. Oder? Cross das hier? Ne, das cross. Doch, der hier so cross. Ich wollte es so machen. Der hier cross. Achso, das geht nicht. Scheiße. Muss jeder Vogel was tragen? Nö. A Mallard can carry up to two gnomes per leg in A1. Ja. Every bird shown carrying is carrying ins maximum. Birds may team up um heavy low each carrying what he can. Freight must be evenly balanced between a bird's two legs. Ja. Lines cannot cross. Halt mal alles ein. So. Wie könnte man das hier lösen, dass die Eule nicht benutzt wird? Wenn wir das so machen, brauchen wir nur eine Eule. Das geht nicht. Mal 1,5. Mhm. Sprich. Das muss so sein. Die scheiß Ente guckt scheiß traurig. Rechne mal aus, wie viel Gnome ihr habt und wie viel die Vögel insgesamt tragen können. Haben wir doch schon. Hast du das ja? Ja. Ja. Hier 6. Das ist 7 und das ist 10. Insgesamt 10 Stück. So. Und Gnome haben wir 9, 14 Stück. So. Wir haben jetzt 14. 15. 15? 3, 6, 10, 15. Tatsache. Ich habe einfach zählt. Okay. Also muss es ausgeglichen sein? Ne. 10 gegen 15. Das heißt, wir brauchen ja irgendwo doppelte Last. Mein Problem ist einfach das Crossen. Wie kommst du denn? Dass man die Linie nicht überschreiten darf. Wenn man das so macht, und so. Ich komm das nur auf 10. Ja, hier. 1, 2. Ne, ne, ne. Ne, 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 das sind 2, 4. Die können ja pro Bein einfahren. Ach so, ne, oh, dann sind es 20. Ne, Moment. Hä? Ne, ich bin komplett falsch. 2, 4, 6, 8, 12, 15, 17, so 17 und 4, das heißt 3 können wir uns sparen. Das heißt ein Vogel, der nur 2 tragen kann, braucht man nicht und das ist ein blauer, das heißt wir müssen den blauen weglassen, fertig. Im Sinne, dann wäre es 15 und 14, wir müssen die Eule, lasst den blauen weg. Aber wie können wir denn die Eule weglassen? Die Eule brauchst du nicht weglassen? Doch. Also nee, oder? Dann ist 3 weg. Also 1 brauche ich mal auf jeden Fall. Jav hat es schon, 100 pro hat es schon. Natürlich hat er es schon. Jav so schlau. Wenn wir den hier weglassen, dann wären wir bei 15. Macht doch aber keinen Sinn, wenn wir das hier. Oh, jetzt wird es ganz falsch. Ach Gott, ich meine Kupf. 1. Ich habe keine Ahnung gerade. Denkfehler. Nichts Denkfehler. Doch. Das hatten wir ja schon. 1. 2. Der kann nur noch 1 tragen. Ja, aber der... Der hier nimmt 2. Der nimmt 1. Ach so, so wäre es evenly matched. Der nimmt 2. Der nimmt 2. Ja. Der muss dann da komplett aushelfen. Ja, siehst du da fehlen wieder. Wie viel kam der? 1,5 pro... Nee, 1, ne? Und rechts der Sack ist komplett problematisch. Nichts verwirrt mich mit seiner brutalen Falschrechnung. Für wir überhaupt nicht. Stimmt doch. Ähm... Ah, wie kriege ich denn den Kack wieder weg? Also reset oder einfach nur mal ziehen. Ist doch nicht falsch. Oben die Vögel zusammen sind 4, 6, 10... 4, 6, 10, 14, 17. So, 1, 2, 2, 4, 2, 3. Doch, so wie am Anfang, oder wie? Nee, der eine Vogel muss wegbleiben. Der blaue rechts. Hallo. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass das sofort losgeht, wenn ich aufsab mitdrücken habe. Ja. Wo wärst du nur ohne mich? Nicht hier. Well, das nimmt dir auf den einen. Wie geht's dir, Steve? Hedden-People? Wissen Sie nichts über Hedden-People? Die Kollektorin betrachten ein kleinere Geld für einen Wälder-Ein. Aber du glaubst nicht in sie, hast du? Ich sehe mich verrückt, wie du? Gute Frage. Guck dir nochmal die Haare an. Die Bedienung ist jetzt weg. Ach nee, die Nüsse sind jetzt weg. Tobacco. Tobacco. Ok, hier geht nichts mehr. So, raus hier. Da, Lodge. Da. Froskapp-Avskogen. Spooky. Okay. One red dot to another. That will slice through every barrier, blocking the window. Hallo. Äh, jetzt ist die Frage, was ist eine Barriere? Eine Linie, die alles kaputt macht. Verstehe ich richtig. Oder? Geh nochmal auf what? Ja, one red dot to another. That will slice through every barrier, blocking the window. So, das heißt, hier oben die, die ist ja schon mal ausschlaggebend. Die ist am weitesten weg. Sprich, wir müssen einen der vier Punkte hier irgendwie connecten. Oder einen von den beiden hier. Ne, der hier mal auf jeden Fall nicht. Weil, wenn der hier irgendwo runter geht, das macht schon mal keinen Sinn. Also, es muss hier einer von denen sein. Nimm den mal und zieh den da hin. Hier hin, oder? Ne, ganz runter. Dann geht's nicht. Doch, doch, gehen. Müssen nur die Ketten kaputt gemacht werden? Doch, geh. Oder auch die Holzbretter. Alles. Alles, was du hier siehst. Du hast recht. Das, was eben war, war gut. Glaube ich. Ja, aber dann wird das Holzbrett nicht erwischt. Das oben links. Doch, dann machen wir das so im Moment. So. Das hier geht. Jetzt, ja und jetzt. Sind die Ketten unten. Ey, alles sauber. Nein, doch. Die silberne Kette, ne? Die hier, die hier, ne? Die hier, ne? Ah, scheiße. Die ist nicht. Äh, fuck. Die nicht. Das heißt. Mach's doch noch eins runter. Eins runter. Von hier aus. Ne, 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 ne. Oder? Nein, dann ist das hier, wo ich meine, ist die schwarze kaputt. Das hier, da runter. So. Ne. So, warte, 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 warte. Das ist wieder weg. Das geht nicht kaputt. Sicher, dass die Bretter auch... Ja. Aber ich habe eine Idee. Ich glaube, so geht's. So dürfte es gehen. Ich bin auf allen drauf. Hier, wir fangen an. Die Kette hier, Treffer. Mhm. Die Kette hier, Treffer. Das Brett, äh, das Brett hier, Treffer. Das Brett, Treffer. Das Brett, Treffer. Das Brett, Treffer. Das große oben auch? Die große Kette, Treffer. Die Kette, Treffer. Und hier das Brett, Treffer. Wir haben alles. Okay. Zappen mit. Oh Gott. Wieder 75.000 Dollar verbraten, liebe Steuerzahler. Für eine Linie. Uh, Glück gehabt. So gut. Oh Gott. Was ist das für ein Kult? Da ist die ja sogar dabei. Oh! Und er. Ja. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Sie haben mich aufgezogen. Snooppen ist nicht mit dir, Agent Shathers. Was machst du hier? Was ist hier? Was ist da passiert? Sie sind regelmäßig und kräftigen ihre kulturelle Tradition. Aber das ist ihre Sache, nicht ihr! Das ist der Kette. Das ist ein Kette, das ist mir etwas. Ich bin so. Agent Shathers, Sie sind hier, um die Factory zu öffnen. Ich bin nicht der Frage von ein wenig, die Gefühle der Städte. Ich bin ziemlich sicher, dass ich Glory Dabner in da sah. Die Wälder? Ich schaue es. Sie stand da gerade eine Sekunde vor. Zeit, Agent Taylor. Ich will dich zurück zum Hotel. Ich glaube, der will nicht, dass wir da recherchieren. Der mag uns nicht. Was ein Penner. Mach es in der ersten Nacht. Schau mal, Agent Taylor. Ich will nicht in der Nacht sehen, dass wir hier rumlaufen. Und wir werden auf einige Hidden People treffen. Was sagst du dazu? Natürlich. Das ist geil, wie er guckt. Du willst auch nicht hier draußen sein. Du kannst ihn nicht. Du musst ihn nicht schiefen. Du kannst ihn schiefen. Du kannst ihn nicht schiefen. Du bist nicht sicher. Das ist super. Okay, dann folgen wir eh mal. Ja, das kennen wir schon, jeden Footprint musst du treffen. Moment, das heißt wahrscheinlich erst mal so. Die Frage ist, ob die kleinen Bäume was ausmachen. Ich vermute, das ist einfach nur Deko, die hier machen was, weil das hier ist Deko. Das Ziel ist die Mitte, ne, das Fragezeichen. Oh, schlägt dein Handy mal ein Stück weg, nicht, dass das Mikro stört. Oh, jo. Oh, der macht das Sinn, weil da müssten wir den ja so platzieren, hier. Der wird die hier abfahren. Bang, bang, bang. Dann wird er hier hin. Der muss in den Baum fahren. Der muss. Weil wenn ich das so löse, hier, oder? Das funktioniert ja, fehlen uns Punkte. Okay, das muss so gehen. Also so ist schon mal auf jeden Fall okay. Okay, dann noch links. Ah, doch. Du gehst hier runter, links, dann hoch. Hoch, hoch, hoch. Du legst es so hin, dass er hier nach rechts geht. Das heißt, den weg, genau. Dann holt er mir nur den hier. Und die beiden... Muss der irgendwie wieder in die Mitte kommen? Der ist es korrekt hier. Du musst gucken, dass der Schluss so abläuft, dass das hier unten ist? Genau. Also das eins runter, genau, dass der in die Mitte fährt. Also das letzte ist schon mal eins runter. Das hier muss auf jeden Fall hin. Was anderes macht keinen Sinn. So. Also er fährt hier runter. Dotz, Dotz, geht hier hoch. Was jetzt noch fehlt, ist das hier, ne? Ja. Das heißt, wir bringen ihn dazu, dass er hierher geht. Es fehlt uns aber einer. Hier? Ich hab' ich auch stimmt, wenn da oben, der da oben war gar nicht nötig. Zack, 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 zack. Ich hab' gedacht, der oben muss da bleiben. Awesome. Fast, ja. Not bad. Glory was headed toward the factory. I gotta catch up with her. Aha. Stellt Essen hin. Und rennt weg. Licht. Jetzt geht die Tür auf. Siehste, da sind sie ja schon. Die hidden people. Oh, oh. Ich glaub' die haben's auf ihn abgesehen. Der wird doch jetzt bestimmt entführt. Natürlich. Oh. Das war der, der durchgedreht ist, oder? Äh, nee, ich glaub' nicht, das wär' anders. Aber, wir sind im Weltall, oder was? Ich hab' gewusst, dass die Zwerge was im Schilde geführt haben. Mal kurz'n Blick rein geworden. Da reicht auch'n kurzer Blick, um das sofort zu wissen, ne? Ist das durch? Ja. Wo bin ich? Wo bin ich? Warte. Ich weiß dich? Du? Du bist der foreman, Isaac Downey. Was ist dir passiert? Was sind diese Dinge? Die Gnome? Warum verhält er sich wie ein Affe? Ja, weil bei uns schon vorher ständig rätseln wir schon. Was ist da drin, Mann? To reconnect the loose ends. Red to red and yellow to yellow. But be careful not to let the wires cross. A path segment can run between any two adjoining points. Äh, what? Ah, ja. Wir müssen gelb zu gelb und... Wie führst du das darüber? Rot zu rot. Und die dürfen sich nicht treffen. Dann mach zuerst das rote. Hä? Wie soll das gehen? Nein. Ah, doch. Easy, easy, easy. Pass mal auf. Also ich zeig dir, wie ich's rote machen wird. Nee. Das crossen geht grad gar nicht. Ja. Doch, ich hab's schon. Ich glaub ich hab's schon. Zeig her. Und da geht das hier so... Nein, das geht nicht. Jetzt wird's hardcore. Ach, wie geht es hier? Irgendwie obenrum kannst du auch nirgends, oder? Nee. Okay. Aha. Oh, das ist immer nett, ne? Drop path to reconnect the loose ends. Red to red and yellow to yellow, but be careful not to let the wires cross. Ja. Ach, between any? Nee, was ist denn, wenn du hingehst? Nee. Es geht noch. Next to each other. Das war der letzte Tipp. Ja, so dachte ich mir auch. Einfach außenrum gehen und dann dahin, aber es geht halt nicht. Ah, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich glaub ich hab's wirklich diesmal. Hm, dann ganz au... Ah, ah, ah. Ach, wie dumm. Wir sind echt schlecht, ne? So. So. Übrigens ist die Carinella durchgedreht bei dem Rätsel mit den Zahlen, die vorgestellt waren. Ach so, ja. Er hat auf YouTube kommentiert, dass sie hat abschalten müssen, weil sie sich so aufgeregt hat, weil wir es einfach nicht gemacht haben. Wir haben so lange gefacht sind mit, was das mit gestrichen und so auf sich hat. Ich hab's doch sogar direktes gehabt mit NNE. Ne, 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 nicht das Nein, sondern das, wo die, wo diese Sicherungs... Ah, ja, 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 wo wir denn mit den gespiegeln, mit den gespiegeln, mit den gespiegeln. Was ist passiert? Ich hab' dich unbewusst in den Worten gefunden. Hab' sie zu dir gesprochen? Was ist das? Ich schaue auf eine Fotografie des Bruders. Isaac und Mike Lobb sind Teil dieser Gruppe. Und sie sind Freunde. Interessant. Okay, ich brauche jetzt ein paar wirkliche Antworten. Was genau hier passiert? Was ist mit diesen Leuten passiert? Sie sind in der tiefen Meditation. Wenn du deine Meinung öffnest und sich hörst, es werden keine Mysterien in deinem Leben sein. Du kannst es nicht sehen. Es ist ja richtig tief. Die wissen die Weisheiten, die er uns da mitleilt. Was sind diese kleine Kreaturen, die ich immer sehe? Sie sind nicht Kreaturen. Sie sind Menschen. Sie sind älter als jeder von uns. Sie leben, in welcher Natur immer noch vor uns. Isaac Dabner ist noch nicht, ist er? Der Lock auf der Faktoren. Er hat ihn selbst nicht gebaut. Du hast ihn da. Um ihn zu halten. Um ihn zu halten. Um ihn zu halten. Warum? Er hat zu gesprochen. Es ist eigentlich eine große Ehre, dass er sich entschieden hat. Für was? Das ist nicht für uns, zu fragen. Ich brauche einen Moment, um diese Leute zu fragen. Du, was du musst. Die Kreaturen. Toll. Vor allem, wie die Pupilen groß werden. Ich kann mir richtig vorstellen, wie sie das ihrer Freundin da erzählt. Guck, wie einfach das war. Wie blöd, die waren. Guckst dir an. Siehst du sie, nicht wahr? Das ist mein Liebling, ich finde den so geil mit dem blonden Zöpfen. Oh, Edward heißt er. Edward knows it's time to stop the windwatch. Windavachi. Windavachi, river with Krikelbacks. Draw the four Clutches of fish to release points, keeping in mind these rules. Track, ach du Scheiße. Oh Gott. Wir machen uns einen Screenshot. Snip. Genau so läuft es gerade. Und die versteht es auch nicht. Sehr gut. Wir waren nicht alleine blöd. Ja, der Sepp hat es ja auch nicht verstanden. Der Deimos. Okay. So, schools will swim toward the river, splitting evenly at each fork. A school that can't split evenly will be paralyzed with indecision. Okay. Marshmarmots will eat all fish who enter their turf. The mammots are either in Mithpickmarsh or abdominal swamp, but not both places. Exactly 16 fish must arrive safely at the river, no more and no less. Ach Gott, das klingt wieder kompliziert. Also so macht man es dann. Die splitten sich auf, ne? Evenly, ja. Schools will swim toward the river, splitting evenly at each fork. Okay, wie ist es dann, wenn es drei sind? Ja, dann müssen wir addieren. Ja, die spalten sich doch, wenn sich... Ja, wenn die zusammen schwimmen und dahin kommen. Marshmarmots will eat all fish who enter their turf. Was sind die Marshmarmots? Ah, Mithpickmarsh oder abdominal swamp. Mithpickmarsh und abdominal swamp. Genau. So, wir machen hier... 16, ne? Wie viel haben wir denn insgesamt? Also, wenn wir hier die hinpacken, dann schwimmen die los. Dann schwimmen drei hier lang und drei hier lang. Dann sind wir hier drei. Dann schwimmen wieder die zu sechs. Dann schwimmen drei hier lang. Und dann schwimmen drei oben lang. Da haben wir schon mal drei dann. Genau, da haben wir schon mal drei. Okay, und unten sind drei schwimmen da entlang. Drei und vier sind erst mal sieben, die sich hier treffen. Und dann werden sie hier gefressen. Stimmt, da werden es hier... Moment, dann haben wir unten sieben. Plus vier. Plus vier sind 13, plus drei sind 16, wir haben es gelöst. Das war's schon. Das war's schon, sag mit. Echt, das war's schon? Das war's schon, ja. Pass auf, gib mir mal die Maus, ich erklärst dir. Ja, ich glaub dir schon. Drei gehen hier hoch. Ja, genau. Plus drei sind sechs. Die gehen hier entlang. Hier werden drei gefressen. Hier oben sind drei. Das heißt, wir haben drei schon mal im Reichen. Drei schon mal safe, genau. So, wir haben hier vier. Vier kannst du wegzählen, weil die im Abdominal zu warm gefressen werden. Ja, da werden auch gefressen. Die vier gehen runter. Plus vier. Plus vier sind acht. Wir haben zu viel. Ich hab falsch gerechnet. Wir haben zu wenig. Zu wenig. Ich hab' keine Ahnung, weil das ist auf jeden Fall noch nicht richtig. Was ist denn, wenn wir das so machen und so? Ach stimmt, so macht's mir. Dann haben wir acht. Plus zwei sind zehn, sind aber 13 nur. Das heißt, wir müssen das hier tauschen. Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Weil die anheben sind. Ach so. So, das funktioniert leider nicht. Was ist, wenn wir die anhebenen unten hinsetzen? Das sind dann drei plus acht, das sind elf. Ja, und die sind ja auch wieder anhebenen, die drei rechts. Wo? Äh, Mitte. Rechtsmitte. Hier, die sind anhebenen, ne? Zwei plus drei hat 2,5. Das geht auch nicht. Das tauscht es auch. So muss sein. Warte mal, also. Du musst die drei da wegmachen, du musst die wegmachen. Wieso weg? Die öffnet sich schon nicht aufsplitten, oder? Ach die, ah, doch. Doch, die splitten sich auf, natürlich. Nein, der drei, drei, weil hier kommen drei, also hier kommen erst drei nach, dann plus drei sind wir wieder sechs, dann schwimmen hier drei raus und hier sterben drei. Okay, okay, okay. Das heißt, wir haben drei. Ach, guck mal, wir haben was vergessen. Was denn? The Marmots are either in Miftpig Marsh or Abdominal Swamp, but not both places. So, das heißt, hier sterben drei oder hier sterben fünf. Das heißt, wir haben... Das macht ja gar keinen Sinn mehr. Doch, doch. Also, hier entkommen drei. Definitiv entkommen hier drei erstmal und hier unten entkommen definitiv zehn. Das heißt, 13. Und wenn hier fünf gefressen werden, sind hier drei safe. Das heißt, wir haben mindestens 16 Fisch. Wir dürfen aber nicht mehr und nicht weniger wie 16 haben, ne? Ja, stimmt. Ach so. Exactly 16 Fisch. Das heißt, unten kommen zu viele an, ne? Wenn es runter geht, sind wir da. Ja, hier geht's. Teilt sich auf. Zwei schwimmen hier hin, von oben kommen drei. Hier sind fünf. Die werden vielleicht gefressen. Das heißt, wenn hier drei gefressen werden, entkommen da, dann sind wir bei 18. Ich wollte gerade mit der Maus deinem Finger folgen. Dass man das erkennen kann. Ja, okay. Wenn das so ist, kann man es doch aber auch eventuell so machen. Ne, kann man nicht. Dann fehlt es wieder. Was ist denn so? Ja, die Frage ist, woher weißt du, wie viel da gefressen werden? Also, hey, woher weißt du, wo sie gefressen werden? Das ist random. Ist ja egal. Es muss immer 16 rauskommen. Wir haben sie halt noch nicht gelöst. Okay. Jetzt sind wir bei... Jetzt sind es da oben 7. Das macht auch keinen Sinn. Das funktioniert auch nicht. So wird es wieder funktionieren. Vielleicht musst du einfach umrechnen. Ne, warte, was passiert denn so? Vier schwimmen runter. Dann treffen die sich mit denen. Wir machen erstmal das, was sicher rausgeht. Sicher rausgehen hier sechs. Und hier gehen sicher raus... Vier... Nochmal, dann sind wir bei zwölf. So. Merkt ihr zwölf. Das nächste ist Hammer. Hier gehen dann unten rein. Vier gehen weg. Und wir haben hier acht Fische, die hier hinkommen. Das heißt, vier gehen da raus und vier gehen hier raus. Dann haben wir hier 16. Das hier oben ist schon mal 16. Das Endergebnis. Dann sind wir jetzt hier unten. Hier schwimmen sechs raus. Dann gehen drei hin. Hier kommen sieben dazu. Drei dazu. Sieben. Das heißt, wenn die hier durchgehen würden, hätten wir... Ich sollte mir zwölf merken, ich hab keine Ahnung. Da hätten wir leider 17. Drei plus vier. Das sind sieben. Das sind sieben. Das sind sieben. Das zwölf vielleicht sogar 19. Scheiße. Heute kannst du nicht so gut zusammenzählen, aber das ist ein Problem. Das hier funktioniert auch. Dann würden unten fünf rausgehen. In der Mitte schwimmen zwei weiter und dann hätten wir hier sechs. So, sechs werden hier gefressen. Fünf gehen garantiert raus. Sechs werden vielleicht gefressen. Dann geht es hier weiter. Vier plus sechs sind zehn. Fünf gehen raus. Fünf werden vielleicht gefressen. Fünf gehen garantiert raus. So. Jetzt nochmal rechnen. Fünf gehen oben raus. Fünf. Dann werden fünf hier vielleicht gefressen. Und fünf sind hier unten definitiv raus. Das heißt, wir haben oben, wir haben zehn. Zehn. Oder? Ich sollte mir zwölf merken. Wir sind schon wieder bei anderen Beispielen. Guck mal, wir machen die obere Linie. Die obere Linie ist... Wirtschaft dreht durch. Ihr braucht mal einen Notizblock. Ja, dann wäre es wahrscheinlich einfacher. So, hier. Wenn du das Rätsel rückwärts machst, ist es wahrscheinlich einfacher. Vier. Ne, macht rückwärts noch doch gar keinen Sinn. Wir müssen doch hier splitten. Vier schwimmen da lang. Dann kommen hier sechs dazu. Dann sind hier zehn. Fünf schwimmen da lang. Fünf schwimmen da lang. So. Die vier hier unten kommen weiter. Treffen zwei von denen. Dann hätten wir hier sechs. Fünf, merkt ihr hier? Fünf und sechs. Fünf und sechs, okay. So, und oben und insgesamt kommen zehn durch. Das heißt, wir haben jetzt zehn oder 15. Entweder 16 oder 15. Ist scheiße, also wieder falsch. Äh, kacke. Unten kommen raus, hier kommen raus, fünf, oben fünf. Ja, ist 15 oder 16. Noch mal das Snipping-Tool bitte zu. Warum? Die Kamera im Blick hat. Okay. Sehr gut. Das verliert mich als wenn ich nicht weiße. Oder 16. Einfach gamblen? Nee, das machen wir nicht. Verspielen unsere Kaugummis doch nicht. Da gehen das Schwimmer der zwei. Plus, dann kommen Treffen da sechs aufeinander. So. Dann ist oben, spüren die weiter, treffen die zwei auf die... Ne, das in der Mitte, die müssen gleich... Das muss in der Mitte, muss gleich sein. Dann haben wir es gelöst, glaube ich. Ah, jo, natürlich. Es muss ja so sein, dass in beiden... In beiden... Gleich viel mit Fichtmarsch und Abdominal Swarm gleich viel gefressen werden. Ja. Das macht echt Sinn. Weil dann können wir davon ausgehen, dass das Ergebnis auch gleich ist. Und die splitten sich hier... Das hier einmal... Das hier einmal... Einmal schwimmt rein und bekommt von oben dazu. Also das... Die drei kann entweder hier oder hier sein. Mehr geht nicht. So, dann hätten wir hier... Sieben. Das geht auch nicht. Hier hätten wir... Fünf... Das geht auch nicht. Hier unten geht alles. Vier plus gibt sechs. Hier gibt es vier. Hier gibt es fünf. Vier plus... Er gibt sechs. Sechs. Drei. Hier kommen drei langen. Drei. Das zwei gibt fünf. Tauscht es mit dem? Geht nicht. Doch. Nein, die dürfen nicht weiter. Das ist doch drei. Drei kann nur hinten sein. Vier. Zwei bleiben übrig. Join oben den acht. Das kann nicht gleich aufgeben. Und sind fünf. Es kann nur stimmen. Wir sind nur zu dumm. Drei und vier ist sieben. Drei und zwei sind fünf. Drei und drei sind sechs. Ja, hier habe ich hier. Drei sind sechs. Ne, hier und drei sind sechs. Ne, ah, ne, mein Hirn. Sechs. So ist doch richtig. Hier ist fünf, fünf. Sechs. So ist doch fünf. Sechs. Jetzt müsst es passen. Ja, so wie ich es die ganze Zeit hatte. Ja, so wie auf jeden Fall. Ich hatte es doch gar eben. Ja, ja, ja. Zwei Minuten lang. Aber so muss es passen. Du hast auf jeden Ding sechs. Ne, fünf. Nein. Doch. Ne, sechs, dass jeweils drei gefressen werden. Oder bin ich jetzt da, bis fünf werden gefressen. Zwei schwimmen weiter. Jetzt schäumen hier den... Ah, ich habe die eine auf zwei. Ich bedanke mich. Ja, ja, ja. Fünf. So, und dann gehen hier unten weiter. Dann schwimmen zwei weiter. Treffen die drei. Und jetzt sind fünf. Das heißt hier fünf, fünf. So, jetzt haben wir hier mal even. Fünf und fünf. Jetzt heißt es aber, jetzt ist die Frage, kriegen wir bei den anderen elf. Ich glaube nämlich, doch, kriegen wir hin, ne? Elf. Das Rätsel macht mich fattig. Hier, drei, drei, sechs plus fünf wären elf. Und oben schwimmen dann zwei weiter. Fünf plus... Zwei schwimmen weiter. Teilen sich auf. Fünf plus... Fünf plus... Sechs. Ja, passt auch. So ist richtig. So funktioniert es. In dem Moment, wo es accepted war, hat irgendwas... Hat irgendwas gepiept. Deine Playstation. Meine Playstation. Ich habe gedacht, es war falsch deswegen. Ja. Uiuiui. Warum hat deine Playstation gepiept? Ja, dieses Problem mit der Dist-Ausspucken. Haben manche PS4s so einen Hardwarefehler. Muss ich dann wieder eine Schraube fester ziehen. So weiter unten irgendwo. Normalerweise muss ich dann ein bisschen hochheben. Ist so ein Designfehler von der PS4. Ei, 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 ich piepst jetzt die ganze Zeit. Ist das dein Raubendreher? Vielleicht, vielleicht. Ist eigentlich selten, dass ich piepst. Vor allem ist kein Game drin. Rot, Tren, Tiere, Tiere, die Überraschung. Dann schau die Zähne, Herr Tethers. Hm. Ein Quorum of Crows, die in Rösen. Ein Witzel, oder? Ein Witzel ist ein Omen von Rösen. Natürlich. Björn has photos that show a Chrorum of Crows in his clothesline. A dark omen. Keeping in mind the images may overlap. What's the minimum number of crows pictured? Hallo. What? Ich hab's, geh nochmal auf, geh nochmal auf, what? What? Björn has photos that show a Chrorum of Crows on his clothesline. A dark omen. Keeping in mind the images may overlap. What's the minimum number of crows pictured? Das heißt, wenn man die aufeinandersetzt, ist das Vieh echt. Oder, hä? Ne, ich glaub eher, das ist alles, man muss die aneinander rein. Die Bilder, du verstehst? Ne. Doch, oder? Hier, keeping in mind the images may overlap. Was ist das Minimum number of crows pictured? Was geht denn nur um die Krähen? Überlappen. Hä? Ich glaube, ich hab Übersetzungsprobleme gerade. Ich auch. Also, ich hätte so verstanden, dass wir schauen müssen, wie die Schlange weiterläuft. Ja, aber das hilft nicht. Lass die überlappen. Siehste? Als ob der Mick heute schon mal recht gehabt hätte. Siehste? Weil so macht das Rätsel am meisten Sinn. Das ist eine Welchelinie, weil da müssen wir gucken. Da haben wir hier nämlich den Vogel hier. Das ist Eiline. Das heißt, hier der Vogel ist unser Ausgangspunkt. Das heißt, wir haben hier... Nein, weil der da als einziger da ist. Der einzigartig ist. Ach, deswegen Overlap, weil die... So, wir haben hier schon mal drei Krähen, auf jeden Fall. Weil die sind links, der ist rechts. So. Playstation modzt mit dir. Ja, kann man das ändern. Ja, aber geh noch mal ganz kurz auf what, bitte. Wieso? Wegen der Minimum Number auf... Ja, wir müssen zählen, wie viele Krähen das sind. Ach, so, weil die sich auch overlappen, oder was? Ja, weil es die gleiche Krähe sein kann, die wir sehen. Ja, ja, okay, okay, okay. So, das heißt, wir haben hier... Wo ist jetzt der Start? Der Start ist der Vogel hier. Der da. Wir haben hier auf jeden Fall drei Krähen schon mal. Nee, das macht keinen Sinn, dass das der Start ist. Natürlich. Nee. Das andere ist nicht einzigartig. Die beiden sind der Start, weil das der Einzige ist, der einzigartig ist. Das heißt, wir haben hier schon mal drei Krähen. Wir werden gefragt, ob man mitraten kann. Mitraten? Natürlich. Natürlich. Wenn du die Lösung hast, kannst du ja sagen, ich habe die Lösung und wenn wir sie dann brauchen, sag mal, okay, Tipps geben oder so, oder hier Ideen mit Einfälligungen. Weil für mich macht es keinen Sinn, dass das hier das Starterbild ist, weil der Vogel mit dem überlappt. Das ist der gleiche Vogel. Ja, die überlappen, weil die zwei Bilder aufeinander liegen. Du hast hier vier Vögel. Ich zeige es mal, du hast vier Vögel. Und das hier ist dieser blaue. Ja. Der ist auf einem anderen Bild hier und das überlappt. Das heißt, es sitzt dann so. Ja, ist der gleiche Vogel. Ja, aber das ist dann nicht das Erste, weil der Rote kann ja genauso sein, dass der mit dem überlappt. Nein, das ist der Startpunkt. Die beiden Bilder sind der Startpunkt. Von denen müssen wir jetzt das Rätsel lösen. Wieso kommst du darauf, dass das der Startpunkt ist? Ja, weil das ist der einzige, Vogel ist. Der ist einzigartig. Der Vogel, der existiert nur einmal. Wenn der auf beiden Bildern existiert und der ist einzigartig, ist das unser Startpunkt. Weil den gibt es nur einmal. Ach so, es könnte aber trotzdem die Mitte sein. Das ist wahrscheinlich die Mitte. Aber es ist da, wo wir anfangen. Das ist da, wo wir anfangen mit dem Rätsel. Und jetzt müssen wir uns langhangeln. Die haben die Lösung schon. Ohne Schein. Weil wir nur rumreden, ob das der Anfang ist oder nicht. Okay, ihr habt sieben. Dann gucken wir mal zusammen. Okay, die Bilder sitzen zusammen. So, jetzt haben wir hier drei auf jeden Fall mal. So, jetzt geht es hier weiter. Wir haben hier die beiden Doppelten. Das heißt aber mal auf jeden Fall, das hier kann es nicht sein. Weil der hier auch noch existiert. Wobei, der könnte auch nach rechts gehen. Das heißt, wenn das das Bild ist, kann es auch nicht das hier. Die können, also die müssen, das hier kann es auch nicht sein. Wir gehen erst mal nach rechts. Pass mal auf, pass mal auf. Wenn das und das hier connected sind, dann würde ich das hier ganz nach links setzen. Das heißt, wir haben zwei, vier, ne, dann wären wir schon bei fünf. Eine, sechs, ich wäre bei acht. Das war mir zu unlogisch. Ich kann nicht folgen. Meine Lösung wäre acht. Außer ich habe ein Bild doppelt gezählt. Die müssen. Also. Es ist schwer, das zu erklären. Mein Gehirn, es tut Dinge. Drei. Ich habe es auf, der hat es aufgemalt, der hat es gelöst. Aufgemalt. Es geht natürlich auch. Aber vielleicht stimmt dann sieben trotzdem. Vielleicht hast du gemerkt, das ist acht. Ich, ich muss kropfen. Ja, mach mal, mach mal im Kopf. So, wir haben hier den mittleren Vogel. Es sitzen auf jeden Fall zwei links und ein Rabe ist rechts. So, die zwei roten sind nirgendwo zu sehen. Sprich, hier oben geht es auf jeden Fall noch weiter. Jetzt ist die Frage. Der hier kann mit dem hier zusammenhängen. Wenn das jetzt der Vogel ist, der da, dann hätten wir hier vier und fünf. Und das wäre auch vier und fünf. Dann gehen wir aber nach links und sehen noch hier vier und fünf. So, das heißt also, der hier ist einzeln. Das heißt, ich würde den, die beiden hier, nach links kacken. Weißt du, was mein Fehler heben war? Ja. Die überlappen ja die Bilder. Und ich habe nicht dran gedacht, dass der Brocken hier, der ganze Brocken ist. Ich habe immer nur gedacht, dass die letzten beiden überlappen können. Deswegen habe ich es falsch gedacht. Okay. Okay, okay, okay. Ja, ich bin auch bei sieben. Ihr könnt ja nur nicht machen. Aber ich kriege noch Vorwürfe hier gemacht. Ja, also ich bin auch bei sieben. Weil das hier ist dann der eins, zwei, drei, das hier ist dann drei, vier, fünf. Die beiden sind auch fünf. Dann hier sechs. und das wäre dann der siebte hier. Der ist dann ganz rechts. So stelle ich mir das vor. Deswegen bin ich auch bei sieben. Ich hake es einfach ab. Kannst du dir nochmal erklären? Ne, ne, ich habe es schon verstanden. Okay. Aber das Problem ist, dass ich es erst richtig verstanden habe, jetzt kurz vor Schluss. Inwievor alle sind falsch. Ich habe es gesagt. Es sind acht. Es sind nämlich acht. Ja, dann zeige ich mir mal. Ich verstehe es nicht. Ich habe auch sieben. Ich habe es aufgemalt am Arsch. So, retry. Ich bin auch bei sieben gewesen. Pass auf, bei mir, mein erster Grundgedanke war, jetzt fang doch bei dem Vogel an. Mein erster Grundgedanke war, dass das hier nicht komplett überlappt, sondern nur was am Ende ist, dass das überlappt. Ich wünsche es mir überlappt, trotzdem Minimum Number of. Wir haben Juff zerstört. Ja, fang doch mal bei dem blauen Vogel an. Okay, wir fangen bei dem blauen Vogel an. Das hier ist dann eine Linie. So, dann haben wir links ein rotes. Das wäre hier, hätte ich nach links gesetzt. Ja. Da es aber kein rotes mehr rechts gibt, ist das das Ende ganz links. Das heißt, wenn wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, sogar 9. Das war mir zu schnell erklärt. Wenn es jetzt 9 ist, fress ich ein Besen. Fuck! Scheiße. Meine Lösung war auch falsch. Hast du ein Blatt Papier? Ich male das jetzt auch auf. Das ist mir zu blöd. Nein, wir machen das jetzt ganz high quality. Wir machen jetzt die super Stream Tech. Wir machen jetzt die unfassbare, absurde Stream Tech. Achtung! Und zwar machen wir Lol, dann 8. Hat der Jeff recht? Nee, weil ich das vorhin gesagt habe. da Paint. Paint. So, wir packen das jetzt hier rein. Packst du Paint in Stream? Nein, man vergrößern. Und wir packen jetzt hier hinzufügen, Fensteraufnahme, Paint, und packen jetzt hier Paint dazu. So, und Szene bearbeiten, dann schieben die jetzt entsprechend hier hin. Ich mache jetzt hier Paint. Okay. So. Klappt es so? Das klappt. Okay. Sieht man, ja, sieht man. Dann lasst den Chat noch links auf, dass man den Chat noch sieht. So, wir haben jetzt hier die scheiß Vögel. Das hier ist der Start. Das heißt, und jetzt ist es so. Geht es? Okay. Okay, damit kann ich leben. Das ist okay. So, das wäre jetzt der Start. Genau, setze so drunter, so treppenmäßig. Das wäre jetzt hier der Start. Jetzt haben wir hier drei Krähen. Und dann haben wir, wir müssen jetzt überlegen, die hier können nicht überlappen mit den beiden, aber die beiden hier können überlappen mit denen. Das heißt, ich würde jetzt das so. Ich muss das nach links setzen. Das hier würde ich nehmen und hier hinpacken. Das sind die beiden. Ah, ja, doch, macht Sinn. Ja, ja, ja. So sind es die. So. Ja. Ja, ja. Jetzt sind wir erst bei vier. Jetzt kannst du das darüber legen. Nee. Ich würde das hier, der ist egal, wo man es hinpackt. Ist sogar wirklich egal, meiner Meinung nach. Es kann nämlich auch der hier sein. Oh, fuck. Ich kann den Chat nicht lesen. Scheiß drauf, wie viele Raben. Die Frage ist, warum sie da alle hocken und böse gucken. So, guck, hier geht es auch weiter. Sieht man jetzt nicht. Aber hier so könnte es auch weitergehen. Das heißt aber, wir hätten jetzt hier, wenn das so ist, eins, Ist da links noch einer? Zwei, drei, vier, fünf drehen. So, fünf. Ist da links noch einer? Links ist noch einer. Und wenn wir jetzt hier die beiden nehmen würden, hätten wir wieder sieben. Aber wie wir wissen, sieben ist falsch. So, was heißt das jetzt für uns? Das kann so nicht stimmen. Das heißt, wenn wir das hier hinpacken würden, Mick erklärt die Welt. Hätten wir jetzt eins, zwei, das ist noch überlaupt, drei. Moment, wir dürfen die Bilder nicht vergessen. Wir hätten jetzt hier die beiden. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, fünf wäre es. Das ist wieder sieben. Das muss sieben. Wieder sieben. Das werden wieder sieben. Ausnähen. Selbst wenn man es da drüben hinpackt, macht es keinen Sinn, ne? So. Lass mich es mal machen, so wie ich es gedacht habe. Ja, mach mal. Wie ich es am Anfang falsch gedacht habe. Vielleicht ist es ja tatsächlich dann richtig. Was ist denn das? Steuerung D? Ja. Oh, oh. Nein. Wie? Ah, okay. Mein erster Grundgedanke war ja. Einfach schieben. Das hier hin? Ja. So. Wie komme ich wieder aufs... Hier? Steuerung zurück. Ja, das geht nicht. Bis jetzt unten drunter. Ja, ja, das ist doch auch in Ordnung. Nee. Ah, shit. Nicht in Ordnung. Ist doch überschrieben. Ach so, der überschreibt. Ach, das sind es nicht mehrere Layer, die er macht. Du musst, wenn, dann musst du Pace to Layer machen. Hier machen wir mal Rechtsklick. Nee, 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 nee. Cut to Layer gibt es doch. Ich kriege das auch so hin. Och, Junge. Steuerung D. Was ist Steuerung D? Auswahl aufheben. Ja. Merk, da ist noch einer hier links, ne? Ja, das merkt man uns. So, jetzt sehen wir noch. Dann wärst du jetzt bei sieben. Nee, nicht im Ernst, oder? Ich das jetzt... Oh. Hier drauf setz. Wenn acht. Da fehlt noch einer, oder? Es sind acht. Wären acht. Ja, es sind acht. Das hast du schon am Anfang an gesagt. Aber sieben machen genau so. Halt, halt, stopp. Halt, stopp. Mach, äh, pängt noch aus dem Stream raus. Das grenzt ja schon an Raten. Nee. Benutz mal ein Kaugummi. Ich will jetzt wissen, wie das Rätsel gelöst wird. Das blue bird at each end of the line. Das ist der Anfang und das Ende. Aber dann, wieso overlappen? Das hat ja dann jeder falsch verstanden. Das macht doch keinen Sinn. Top game. Ja, dann würde ich doch schreiben, connected und net overlapped. Ja gut, ach toll. Kannst du den Chat nochmal hochholen für uns? Ist doch da. Go. Da. Ah, da. Guck, Jeff schreibt auch, what the fuck. Also, ich finde, das war schlecht beschrieben, das Rätsel. Vielleicht haben wir es einfach schlecht verstanden. Nee, haben wir nicht. Das hat jeder falsch verstanden. Das ist einfach schlecht beschrieben. Ja gut, das ist der Anfang, das ist das Ende. Toll. Käse. Gut, das heißt hier. Jetzt sehe ich gar keinen Chat mehr. Achso. Alles kaputt gemacht. Wir dachten, es gibt nur einen Blue. So sehe ich das. Ja, ist auch so jetzt. Ich dachte auch, es gibt nur... Wenn das der Anfang und das Ende ist, dann haben wir hier, der unten ist auf jeden Fall schon mal einzigartig hier. Der ist schon mal einzigartig. Die beiden können es nicht sein. Also fällt der weg. Dann kann es sein... Dann muss es so sein, dass der hier dabei ist. Weil hier kommen zwei. Und die zwei hier oben können... Doch, die können es auch sein, ne? Klar, die können es auch sein, wegen dem Vogel hier. Der ist hier, das kann überlappen. Sagen wir mal, die beiden sind jetzt der. Dann haben wir hier die drei. Die drei sitzen rechts vom Vogel, äh links vom Vogel, die drei. Ja, dann heißt es... Hier kommen noch mal zwei. Dann wären wir jetzt bei vier. Vier. Fünf. Sechs. Mach's ab mit und wenn's stimmt, will ich das Haus, ey. Boah, kostet das. Sechs ist mein Tipp. Der Jeff schreibt, Sechs ist mein Tipp. Ja, leider auch falsch. Das ist das dümmste Rätsel ever. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hä? Guck mal, Moment. Da haben wir 2, 3, 4, 5. Das sind sechs Stück. Guck. Überlappt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das, was ich eben getippt hab. Das ist falsch. Müsst du 0,6 eintragen? War ja noch nie so. Was ist denn... Hä? Oder müssen wir mehr Vögel rein schreiben? Nein. What's the minimum number of crows pictured? Ach so, die minimale Zahl ist dann 4, weil du 4 rausschneiden kannst. Oder? Hint. Ah, wir sehen uns nicht mehr. Doch, doch kommt. Ne, 5 dann. 5. 5 ist die minimale Zahl, die du rausschneiden kannst. Ja. Aber egal, welchen Lösungsansatz wir gemacht hätten, es hätte nicht gut. Wir wären nie auf diese 5 gekommen. Hey. Bullshit erklärt. Der blaue Vogel war bei mir der dritte von rechts. Also die Karin hat es anscheinend schon verstanden gehabt. Borderline. Glaub ich. Ich war echt... Alter, das war furchtbar. Borderline. Er ist befriedigend. Das ist schon das Rätsel. Oh, das ist ein Rätsel. Das ist so eine typische Matheaufgabe, die man öfters hört. Das ist einfach nur... Wollt ihr es vielleicht aufzeichnen? Das ist einfach nur Probability, oder? Fünf verschiedene Passsucken sind drin. Das heißt, damit ihr ein Matching-Pair bekommt... ...sechs. Na, wenn es fünf verschiedene sind. Ach so, wie dumm! Natürlich! Wenn du fünf hast, beim sechsten muss dann... ...muss eins doppelt sein. Richtig. Muss eins doppelt sein. Aber es sind Paar-Socken. Ein Paar. Aber es geht ja darum, man braucht hier nur ein Paar. Das heißt, sechs ist richtig. Was anders macht keinen Sinn. Ich bin so verwendet wegen dem Ding. Stripped, played, spotted, agile, fiddle. Ja, und dann Nummer eins. Fünf zieht, er muss, er muss nach fünf... ...nach fünf. Ja. Aber was ist die Frage? Stripped, 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 dann hättest du schon Paar. Es muss ein sechs sein. Es muss ein sechs sein. Es muss ein sechs sein. Zehn. Jeff sagt zehn. Warum sagt er zehn? Jeff, machst du mich mad? Willst du uns verarschen? Willst du uns verarschen? Ja. Okay, wir warten mal auf eure Antworten. Aber es geht doch um at least one matching pair. Oder müssen wir... Nee. Okay, es sind nur Jeff und Carinella. Okay, also ich meine... Nicht, dass wir jetzt jemanden auslassen. Es sind sechs. Es sind nur Jeff und Carinella. Also, ich würde auch sagen sechs, weil... Zehn macht doch keinen Sinn, ich ziehe zehn. Doch. Nee, halt. Bis er mindestens ein paar hat. Ja, was für eine Kombination könnte denn kommen bei fünf verschiedenen Paarsocken? Wenn ich doch fünfmal dasselbe ziehe, habe ich doch... Schon ein paar. Habe ich doch schon längst ein paar. Also schon beim zweiten Mal ein paar. Ja. Ich habe nur die Kombination durchgerechnet, aber mein Brain ist ziemlich tired. Ja, also ich sag das hier. Ist mir egal. Glück gehabt. Glück gehabt. Gott sei Dank. Das... Willst du? Ja, machen wir. Oh, das ist... Ach, sowas wieder. Ist langweilig. Das ist schon wieder passiert. Was? Diese Huren-Süde, ey. Unde Shit. Servus, Sarduderisch. Die fucking Gnome. Ja. Hm. Hm. Ja. Nelson muss run across every gear piece on his way to the factory. Press submit when you think the locks are arranged correctly. Ach, du heiliger Bim Bam. Boah. Also, wer fährt hier runter? Oh, scheiße. Da ist die factory. Da ist die factory. Das heißt, hier gegen fährt er dann wahrscheinlich und hol das hier. Kannst du das Piece, was da liegt, schon bewegen? Nee. Okay. Okay. Ja, lass dir den in der Mitte weg, ne? Ah, ich sehe. Da darf man nicht platzieren. Das heißt... Es muss auf jeden Fall so gehen. Und das kommt dann da hin. Lacht er uns aus, ey. Bis du das gelöst hast, gehe ich nochmal schnell einmal raufen. Tschüss. Du musst dann halt mitdrücken warten, ne? Ah, jo. Hab ich die Story nicht verpasst. Ich drehe das schon hier rum. Oh, ganz schön hart. Gar nicht so einfach. Leider. Stell dir mal vor, du kannst die Loks zweimal benutzen. Ja, genau. Und dass du den unten gar nicht als erstes treffen musst. Ich glaube, das... Jetzt verbaust du dir doch alles, oder? Ah, sowieso, 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 sowieso. Ah, ja, ja, ja. Das macht sogar ziemlich guten Sinn. So. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Naja, funktioniert leider auch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Hm. Ganz schön hart. Also, er fährt so, so. Zack, zack, es fahren so. Ruhe. Unten rechts neben den Fragezeichen. Ja, so fehlt mir immer noch eins. Ich fahre so, so, so. Die oberen... So, ich fahre so. Na. Die oberen habe ich. Die hier habe ich auch. Das hier fehlt. Ein Bild malen. Das wäre gemein. Das muss ganz tricky sein hier. Ich habe so viel Versuch, wie ich will. Ich will ja sicher sein, dass es klappt. Also, ich mache nochmal von vorne. Eventuell so. Dann fährt er hier lang. Achso, die hier sind wieder problematisch. Ah. Genau. Wenn ich das hier so platziere, fährt er auch ins Nichts. und dann fährt er auch ins Nichts. Langsam wird es knifflig. Ich habe gerade gar keine Idee, außer Trial und Error, aber das ist ja nicht so clever. Wahrscheinlich muss man alle benutzen und ich hatte eben noch viel zu viele Punkte offen. Also, wir schicken den hier lang. Dann fährt er hier runter. Dann würde ich sagen, schicken wir den wieder hier hoch. Dann kriegen wir das hier schon mal. Ich komme zurück mit guten Nachrichten. So, so. Für alle, die mir hier geschaut haben. Als du geflogen hast, warst du von einem Pfarrer genannt Max. Sie fragten dich drei Fragen. Die erste Frage wurde gefragt, warum hast du Blut auf deinen Überrollen? Ja. Zu welchen du antwortest? Es war Marmelade. Ja. Die zweite Frage, die wurde antwortet, war, warum hast du ein Knopf? Ja. Die dritte Frage, die wurde antwortet, war, was hast du getan? Die dritte Frage, die wurde antwortet, war, ich hörte moans, was hast du getan? Ja. Das haben wir auch wieder gesagt, I had breakfast. Und dann wurden wir abgeschlossen und damit ist die Geschichte vorbei. Siehste. Die haben sich anders entschieden als wir. So. Hallo, echte Biene. Hallo, hallo. Wie viele Versuche hast du? Ähm. Unendlich. Ach so, hier. Ja, unendlich. Glaube ich. Das hier. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Kann man abhaken. Dann fährt er hier runter. Zack. Dann fährt er hier lang. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack, zack. Hä? Weißer. Hier lang, hier lang, hier lang, da lang, da runter, da hoch, dann fährt er hier runter. Die, die hier brauchen wir noch, ne? Und hier kommen wir gar nicht hin, dann. Mhm. Verbaust den Weg. Ja, wir streamen bis Minimum 21 Uhr, denke ich. Ja. Gucken, ob wir noch ein bisschen länger machen oder nicht. Je nachdem, ob wir gerade einem Rätsel feststecken. Du meinst, so wie jetzt? Mhm. Verbauen wir uns wieder, ne? Nee, oder? Du könntest aber den hier austauschen durch einen, der in die andere Richtung geht. Wir fahren runter, links hoch, rechts hoch, runter, rechts. Hoch. Das wird wieder nach rechts gehen. Ahaha. Ganz schön hart. Wir haben wieder den Tipp bekommen, dass wir malen sollen. Äh, wenn wir durch sind, so gegen, äh, 9 ungefähr. Das ist noch in Ordnung mit dem Schreiben. Kein Problem. Kein Problem. Mal ein Bild mehr. Ja, ich habe einen Hänger und zwar ein Extrem. Soll ich es mal probieren? Ja, mach du mal ein bisschen. Hier, ich mache auch alles weg für dich. Ähm, okay. Wenn wir hingehen und lassen uns direkt nach rechts katapultieren, rechts. So, hier entlang. Äh, äh, äh. Hä? Äh, hä, hä? Hier? Ja. So, nochmal. Zack, 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 zack. und gehen wir hier runter ja dann geht es los weil ganz nichts hin platzieren brauchst ja alles im weg okay dann fangen wir mal tatsächlich von hier unten an also wir gucken dass wir am schluss hier entweder müssen wir hierhin kommen oder hierhin kommen ja noch mal das mal so wieso ist hier ein platz frei was die linken naja klar aber warum ist das sinn haben können ja auch eigentlich gucken dass wir am schluss hier landen das ist vielleicht einfacher und bauen hier was hin dass wir da runter kommen der chat hat man hat manchmal eine latenz das liegt am twitch hauptsächlich so zack zack, zack zack zack, zack zack – ne 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 ne,.. Ah, das ist da oben. Du kannst doch keines in die Mitte legen, aber ichалось vom Nächstes mal eins nach links zu schaue was da passiert, so. zack 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 da geht es geht einfach oben ja scheiße das hat ja okay mal angenommen wir schicken dann hier nach links links dann muss er nach unten anders geht es nicht runter nach links hoch dann schickt man hier wieder nach links oder hier direkt das macht ja keinen sinn oder mal zurück ja weil er den hier sonst nicht kriegt nur ich glaube hier muss letzte sein was dann runter geht und ist darüber schießt was wir bauen hier direkt an sind dann geht er da hoch geht er hierhin noch mal so 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 du bist aber hier nach rechts wieder ja noch mal gucken zack 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 kommt davon hier runter den haben wir dann musst du deinen dahin dann ist fertig das war's hier ja ich glaube so war es eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf fertig jungs viel spaß bei shadow war ja gut doch hier ja perfekt viel viel spaß ich wünsche dir allen spaß der welt weil das spiel ist bestimmt super geil harter scheißhorn alle scherben müssen aufgesammelt werden jungs ja mussten sie ja so reich hat gerade nicht wirklich in den chat schaut waren hart am denken gotcha wenn du denkst toll die letzte pfeil die geteilt in der faktorin looks like it's headed toward the lake jords people may try to protect it Wahrscheinlich kann man das sogar öfters lösen, äh, in mehreren Variationen lösen. Du hast das jetzt in der Zeit komplett abgemalt? Respekt! Krass! Es ist ein breites orange Klauch, das auf diesem Szenen befindet. Und du bist jetzt mit Shadow Warrior 2? Sehr gut! Kaugummi? Meinst du die... das da? Hier, ne da! Da hängt ein Kaugummi! Da hängt eben eins! Okay! Und da suchen wir das Schild! Das ist genau das! Hinten rechts war ein Kaugummi! Ich wundere mich, wie Mike Long versucht, zu entfernen! Die letzten zwei Minuten? Hey, krass! Was? Niemand von diesen! Ich hab jetzt nicht zugehört, wo müssen wir hin? Was? Ich geh wieder zur Lodge nochmal? Da steht's! Ich geh zur Lodge, um es zurück zu bekommen. Ja, du bist bei... Aber sieh, ich geh zur Lodge. Rein, um es zurück zu bringen! Du musst durch den Wood! Ah! Da ist richtig! Immer wieder gut! Oh, oh. Spooky. Oh, der wird jetzt da bestimmt eingesperrt. Ich würde mich in die Tür stellen und würde es rausgreifen. Ich habe ein paar frisch geschlossenen Fische gefunden, Adam. Sieht so, dass es etwas zu essen hat, das wir... Okay, immer noch derselbe Spruch. Wie unerwartet. Unerwartet, dass sie das war. Ja. Das stimmt wohl. Du wirst nicht verstehen. Die hidden Leute brauchen Isaac. Ich weiß nicht warum, aber du musst ihn mit ihnen gehen lassen. Ich werde nicht die Leute lassen, ihn in einer Fabrik wie Bait zu halten. Entschuldigung! Ja, Estabino, du musst dir den ersten Part auf YouTube anschauen. Dann siehst du, dass er nur halb eingefroren ist. Ne, er ist tot. Er sagt doch immer, er ist tot. Oh, das geht mir nicht ab. Aha. The key to the skylight is inside one of these dead fish. But which? Hurry and find it. The ice fishing hut is sinking fast. Each fish has one other fish inside, except the one with the key. Counting swallowed fish, the whiskered red fish, is the least numerous kind here. All fishes die on the next rung of the food chain, except tiny ten fish who eat their own kind. Also der ganz gelbe is sich selber. Aber da kann kein zweiter is, muss das doch sein. The key is on a line with five fish. Ach so, weil Fische mit drin sind, okay. Ja. Oh, jetzt müssen wir wieder zählen. Also die unten links ist auf jeden Fall falsch. Ich würde... Musst du doch gar nicht, oder? Warum? Natürlich ist komplex, wir es gleich sehen. Wieso, du musst doch nichts machen, du musst halt weitergehen. Das steht doch da die ganze Zeit. Ach so, das ist doch, das ist schon, das ist schon fertig. Du musst nur eine Linie aussuchen. The key is on a line with five fish. Ah, okay. Du musst nur zählen. Ja, rechts unten ist aber auch fünf. Zwei, vier, ne? Das sind sechs. Nö. Ach so. Weil der frisst den gelben. Das sind zwei. Der frisst den gelben, zwei sind vier. Der frisst sich selbst. Das sind fünf, sechs. Ja. Dann hat aber jeder, ist jeder doppelt. Ich mach das grad mal. Nein. So. Hä? Each fish has one other fish inside. Also mindestens einer, ne? Ist schon bald neben drin. Counting swallowed fish, the whiskered red fish is the least numerous kind here. Hä? Also wir haben ja eigentlich nur drei Versuche, ne? Maximal. Ja. Oder müssen wir den Fisch rausfinden? Ne, wir müssen die Linie finden, die fünf Fische hat. Und meiner Meinung nach ist das hier unten fünf. Also angenommen, das wäre jetzt echt. Nur mal angenommen, dann wären wir schon lange abgesoffen. Das hier ist fünf. Das hier sind sechs. Das hier sind acht. Ich sag sieben. Wir können leider keine Zahl eintragen. Hab bestimmt aufgemalt und sieben rausgefunden, wie vorhin. Each fish has one other fish inside. Except the one with the key. Ich sag, es ist der blaue Fisch in der Linie oben links mit dem Schlüssel. Der könnte es auch sein. Dann wären wir nämlich auch bei fünf. Wir müssen nicht den Fisch finden, oder? Aber die haben beide dann fünf. Der hat fünf und der hat fünf. Ja, dann kann es in einem von denen sein. Aber wieso ist es ausgerechnet im blauen drin? Der blaue Fisch zeigt an, wo es anfängt. Ich verstehe aber echt nicht, wieso der blaue Fisch. Das Einzige, weil ich sehe, dass der blaue Fisch sehr verzweifelt schaut. Das ist das schon durch. Lass mich mal kurz was proben. Bier? Okay, du musst wirklich einen einzelnen Fisch auswählen. Tatsache. Außer der mit dem Schlüssel. Ja, gut. Dann... Wer ist der hier? Das ist ja anders. Das macht für mich keinen Sinn. Die Frage ist... Die essen sich nur selbst. Und der darf sich selbst keinen Fisch tragen. Ach so, die haben in sich selbst... Haben die in sich selbst schon Fische drin? Oder ist das jetzt... Ne, nur... Und die fressen sich eigentlich gegenseitig. All Fisch, dein und der next run of the food chain. Aber die fressen sich selbst. So, wenn die sich selbst fressen... Dann passt die ja nicht rein. Weil die Mühle dann platzen. Und hier steht der X-Sept Tiny Ten Fisch. Who E-Town. Außerdem gibt's von dem gelben ja nur eine. Ich würde gelb nehmen. Ich würde den hier nehmen. Weil das hier ist 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Aber der hat einen grünen drin. Der hat einen gelben drin. Und der hat einen blauen drin. Der hat ja... Wer soll's sein? Ich würde jetzt den nehmen. Wählen aus. Soll ich? Probier's. Ich glaube, es ist der blaue oben links. Der blaue oben links? Sagt er ja. Der blaue frisst grün. Wenn er einen Fisch hätte, hätten wir auch vier grüne. Und somit wären... Ach so, wir beachten. Ah, wir beachten. Nettes Ding. Stimmt. Ja, hier. Jetzt raff ich's. Von denen gibt's vier Stück. Von den gelben Fischen gibt's vier Stück. Steht da irgendwo, dass es von jedem vier gibt? Nein, aber... Counting Spolored Fisch. The Whisked Fisch is the least numerous kind here. Das heißt... Das ist... Das ist... Das muss man mit... Da muss man drüber nachdenken. Glaube ich. Das hat... Macht Sinn. Was ist der zweite Punkt? Counting Spolored Fisch. The Whisked Red Fisch is the least numerous kind here. Wieso gibt's den gelben Fisch? Ich raff das Rätsel überhaupt nicht. Na, weil der... Den gelben gibt's auch vier Mal. Kann aber nicht sein. Den muss es fünf Mal geben. Weil es darf nur... Vier... Also vier ist die kleinste Anzahl. Und von denen hier gibt's definitiv mehr. Weil sonst wird da stehen... Wär was anderes. So, das heißt... Woanders sind andere Fische drin. Für mich fähr's dann trotzdem hier unten weiterhin. Außer er frisst sich selbst, genau. Also ist es doch der gelbe? Kommst du wieder auf den gelben? Es geht auf jeden Fall um links oben oder rechts unten. Blau hat auf jeden Fall... Ich... Der oder der... Chat, der gilt oder der blaue? Was willst du? Du hast ja auch gesagt, der blaue links oben. Ja, wollte es auch gesagt. Gerade schraff das Rätsel gar nicht. Ich raff zu. Schraff es überhaupt nicht. Ich bin blau, ich bin blau, ich bin blau, ich bin blau, ich bin blau. Ich bin blau, ich bin blau. Ich bin blau. Schraff hat uns schon mal die Scheiße geritten, ne? Aber wenn blau den Schlüssel nicht hat, dann wären wir bei 5 grün. Retry, dann nimm den gelben. Hätten wir mal auf Nemo gehört, oder? Ne, auch Rejected. Wow, die Rätsel werden langsam schwer. Ich hol mir jetzt einen Hint. There are 19 fish in the picture, 10 visible and 9 more plus a key inside. There must be exactly 5 of every other type represent. Was der Chat ja schon rausgefunden hatte, ne? Nimm den anderen blauen, schreibt er. Nimm den anderen blauen. Carinella hat ja auch geschrieben, der isst sich ja selbst. Ja, der isst sich selbst, hatte ich auch drüber vermutet. Ja, ja, okay, okay. Da, der isst sich selbst, dann ist, könnte der hier tatsächlich sein. Wir wollen ja mehr von den anderen Fischen haben. Vergesst alles, was ich gesagt hab. Ja, was ist denn jetzt? Da es fünf von denen gibt, heißt es, hier sind auf jeden Fall, da ist einer weg. Das heißt, das bleiben zwei übrig. Das heißt, wenn zwei übrig bleiben, müssen die hier drin sein, von den blauen Fischen. Das heißt, wir haben hier drei blaue, drei rote. Das kann schon mal nicht gehen. Die Reihe fällt auf jeden Fall flach. Die hier kann es nicht sein. So. Da die drei blauen geklärt sind, heißt es, hier oben könnte drin sein, äh, gelb und grün. Gelb und grün. Gelb und blau, gelb und grün. Das heißt, hier oben, ja, was auch immer. Das heißt, wenn wir hier die zwei grünen reinpacken, ist es weg. Ach der Scheiße, ich hab keinen Bock. Es ist so viel Kopf anstrengend. Ja, das Rätsel ist echt übel. Ja, nehm den grünen. Den hier? Ja. Achtung, vier rote, sechs blaue, fünf grüne und fünf gelbe. Scheiße. Das heißt, es muss doch unten der blaue sein? Ja, das kann doch nicht sein. Es dürfen nur fünf Fische an der Line sein. Kann nur ein blauer sein, weil die roten die geringsten sind. Alla, dann probieren wir es. Wir probieren es. Wenn es nur ein roter, ein blauer sein kann, muss es der sein. Ne, mal lacht. Schon über 300.000 Dollar haben wir verschenkt. Auch mit Jack. Ja, das geht nicht. Mach oben den roten. Ja, jetzt probier mal alle durch, oder was? Mach oben den roten, go, go. Okay, komm. Scheiß drauf, ey. Jetzt soll's. Die Steuerzahler zusammen. Er hat auch gesagt, links oben macht am meisten Sinn, aber... Ja, jetzt auf einmal. Jetzt doch. Siehste. Schafft. Schafft. Super. Rechts unten kann's nicht sein. Oh, guck mal, guck mal, wie wir zusammengekommen sind. Wir schämen uns, ey. Wie genau das was passiert hier, Agent Tathers? Sheriff Bob, Glory Daffner versucht mich zu töten. Sehr gut. I like my office. It's warm in my office. It's quiet in my office. There are no maniacal gnomes or chainsaw-wielding waitresses in my office. I need to get back to the lodge, fix that gear and get the hell out of here. Back to the lodge. With a uh. Ekelhaft. To the lodge. 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 Alle weg. Okay, let's get this gear back together. So, let's solve it. Denk, das muss ein Zahnrad werden, ne? Ay, yo. Bewegen, bis es passt. Ah, ne. Ah, doch, ach so. Toll, noch einfacher. Mick ist enttäuscht. Die hier mag ich nicht. Die setzen sich halt auch selber zusammen, oder? Ja, genau. Das ist das Hauptproblem. Guck mal, einfach aufgesaugt hat er's. Ja, ja. Voll lame. Das muss ja jetzt rechts irgendwo hin kommen. Tadaa. Langweilig. Seht ihr, wir sind voll die Puzzle-Meister. Langweilig. 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 Du kommst einfach nicht in unsere Stadt und sprichst du, wie alles funktioniert. Ich denke, ich beginne, es herauszufinden. Wie er schwitzt. Er muss das Kreuzwort Rätsel nehmen. Er hält selber nicht aus. Oh. Ah ja. Ja. Das ist die... Ah. Kann man da wieder rein? Kannst ein Kaugummi aufsauen. Das ist nicht eine gute Idee. Gute Idee. Nein, 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 nein. Er hat's kaputt gemacht. Der Sheriff ist so kröchig, wie sie kommen. Es sieht aus, dass er mein Schnee-Mobil sabotiert hat. Es ist sabotage. Sheriff's Box hat sabotagiert Nelsons Snowmobile. Rotate Tiles, um einen Weg zu schaffen, von Fuel Tank zu Exhaust. Okay. Die Scheiße wieder. Wo müssen wir hin? Fang doch einfach mit dem blauen an. Ja, aber wo ist das Ziel? Du hast recht. Hier. Das rote. Das kannst du aber auch bewegen, oder? Das muss auf jeden Fall so sein. Vergiss nicht, dass wenn du drüber hauerst... Ähm... Jo. Jo. Ist noch drin, ja. Noch, ja. Mhm. 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 Sieht korrekt aus. Das hier unten. Achso, doch, das hier ist der Ausgang. Okay. Exhaust, ja. Ist es so, oder? Jo. Keine Ahnung, für was der rote... Einfach so ist, random. Go, oder? Ja. Stopp mit. Lucky you. Shit is intense, yo. Isaac! I'm with the FBI! Department of Puzzle Research! If you're still in there, don't worry! I'm coming in to rescue you! Nelson's three gears seem to come apart and it looks like the pieces can be rearranged into one giant gear. Can you get it in the gear to solve the puzzle? Oh Gott. Wie der gute Mig nicht gucken kann! Ne, das ist, das ist zu viel für den Mig! Das ist einfach zu viel! Oh no way! Ah, super! Jetzt ist das wenigstens irgendwie automatisch... Oh, ist das, ist das Arschloch! Freunde! Arschloch! Das ist Arschloch! Wir haben uns die ganze Zeit beschwert und jetzt kriegen wir es doppelt und dreifach zurück, glaube ich. Nimm doch einfach mal... Setz mal alle Teile irgendwie rein und guck, ob sie in der Mitte... Moment, ich mal ein Bild. Vergessen nicht, dass du hier noch die kleinen Teile hast, ne? Oh, sorry. Ne, was ich sagen wollte, ist, ob sie vielleicht doch irgendwie zusammenkleben bleiben, weiß wie ich meine. Ja... Ja, tun sie, tun sie! Ah, dann kannst du ja auch random dranhängen. Geschichten! Na, nicht wirklich. Carinella, wir brauchen kein Bild, glaube ich. Ich glaube, wir kriegen das so hin. Hast du übrigens den Modus bei dir deaktiviert, den, äh... Lichtmodus? Den Lichtmodus? Weil mein Bild normal vorkommt. Ne, er hat schon umgeschaltet, das war schon von Anfang an. Ah... Hier ist die Mitte. Das heißt, das hier ist schon mal die Bildung. Ich muss ja nur gleich nehmen, jetzt nimmst du das, das blaue. Rein das... Ja, und sitzt da oben hin. Nicht eigentlich? Warte, das ist ein Fit, aber hier... Boah, ist das Arsch, ey, also wirklich, das ist... Stell dir vor, das müsstest du ohne die Mechanik machen. Ja. Da gibt's so ein Rätsel im Resident Evil HD Remaster. Ja. Wo du so wirklich zusammensetzen musst. Okay. Das sind zwar nur fünf Teile oder so, aber das nervt trotzdem. Das ist grad, wenn du Speedrun machen willst oder so. Das ist eine Stelle, wo ich immer dran verzweifle. Okay. Das ist ja schon ein Mosaik-Zahnrad hier. Denkmal symmetrisch, denkmal symmetrisch. Ich hasse symmetrisch denken. Das sitzt noch gar nicht richtig in der Mitte. Doch. Jetzt. So. Echt, die Biene schreibt, das ist gemein, weil die Teile so ungenau sind. Ja, das ist auch blöd, weil du siehst, da zwischendrin sind ja die Lücken da drin, ne? Total tappisch. Ist ja einfach nur random ausprobieren, oder, das Rätsel? Leider ja. Mick, du schaffst das. Ich schaff alles. Hier? Nö. Hier? Hier? Ja. Das sitzt unten rechts oder unten links. Und das andere auf die andere Seite. Jetzt haben wir's. Perfekt. Eieieiei. Wenn's jetzt rejected wird, weiß ich sogar woran's liegt. Echt? Glück gehabt. Unten links war's nämlich nicht ganz in der gezackten Linie. Okay. Das war ein tricky. Nicht so bad. Sind wir schon im Finale? Ich hab keine Ahnung, aber... Wir nähern uns dem Finale. Ich hab keine Ahnung. Stay there. Ich komme für dich. Nelsons path is blocked by a giant Skuggings eraser. Cut the support to drop the obstacle, but don't drop Nelson by mistake. Okay, hier ist die Linie. Äh, Carinella, könntest du das bitte abzeichnen? Ja. Und uns dann sagen, was die richtige Lösung ist. Und wenn der Jaffner Zahl sagt, glaub ihm nicht. Ich bin, glaube, schneller wie du. Okay, ich hab meine Zahl. Sechs? Nee. Genau. Das ist nicht der heiße Draht, ne? Acht. Ja, ich hab's schon vor dir gehabt. Also Acht. Ja. Die Acht sieht aus wie eine Sechs. Kommt auch meistens vor der Neun. Das ist... Das ist immer so ne Sache. Wollt ganz sicher gehen. Sehr gut. Da ist noch eins rechts. Da ist noch eins rechts. Ich vermute fast das ist vor dem Ende jetzt. Äh, die letzten Rätsel. Weiß ich nicht. Ich weiß... Kann ja sein, dass noch mit den Knogen relativ viel kommt. If you can get this furnace hot enough, it may blast away. The remaining debris, ähm... Pack... Pack objects into the opening, but don't let them overlap. What the fuck? Achso, du musst das so anlegen, dass nichts übereinander liegt. Jep. Ich vermute wieder ganz stark. Ja, ja. Toll. Ist wieder ein Baby-Rätsel. Klicken bis es Klick macht. Der große Trick. Auf einem Klick, Klick, Klick. Hm. Ich bin vorhin extra heimgefahren um ein Video hochzuladen. Okay. Noch nicht hochgeladen. Es ist immer noch nicht fertig. Irgendwas stimmt nicht. Mein Mac hat sich vorhin ausgeschalten, weil ich ein Update gefahren habe. Okay. Und der jetzt die Energiesparoption auf Ding gesetzt gehabt hat, dass er automatisch ausgeht. Ja. Das war halt nicht so smart. Aber normalerweise müsste jetzt schon lange das Video fertig sein, hoffe ich doch. Okay. Fuchst mich. Ja. 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 Boah. Da steht irgendwann überhaupt keinen Platz mehr, oder? Ja. 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 Ja, ja. 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 Die Kiste unten rechts, jawohl. scheiße weil da hätte es auch ein Overlap gehabt ich glaube du hast du recht die Kuh nur wie das Ding zusammenbaut ist wir können ja mal kurz hingehen drück auf ok ich würde mal interessieren bei so einem Puzzlerätsel was passiert wird wenn du Hau drückst ja weil du es gelöst hast oder okay ach so ja das ist der Krimine angezeigt wie es ist scrollen musst du glaube ich weiter runter eins zwei zwei fehlen noch ok vielleicht haben wir 1 sogar vergessen ok fast da wenn Nelsen könnte manöver die freie Hydraulik-Lift in den Platz das ist du musst nicht kopieren eigentlich die Schuhe wenn wir auf Hint drücken oder auf das Houding dann sehen wir das noch ja wenn wir sehen das Buch haben wir doch immer vermieden deswegen ach so die Kinder müssen das ja wieder durchlesen drücken auf so ein Pfeil was den ziehen muss er denn ziehen noch okay der Gnome hilft uns sie zuhause Spooky okay ja drag and drop arrows to the monitor to construct a command line naja nur raffisch nicht wie das dann funktioniert ach so du könntest auch mehrmals nach rechts machen rechts 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 unten hoch ja wie wo kriegen wir die nummer her ein Gnome ist anders wie die anderen ähm Each arrow moves all lifts at once haben wir übersehen gut 1,32 sind die gut ja das heißt wir müssen jetzt erstmal nach vorne weil geht nichts anderes wie funktioniert das so 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 also geht das hier der Reihe nach zack 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 ich glaube du kannst gar nicht auswählen guck doch können wir und es müssen alle voll sein ne ja 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 vom left to right in rows vom top to bottom also auf jeden fall mal nach vorne weil so ein Decker darf nicht nach rechts ja die müssen erstmal alle hoch alle müssen so hoch so dann sind wir hier und das können sie drei mal 1,2,3 so jetzt dürfen wir die laufen alle drei gleichzeitig ne genau wir müssen nochmal hoch weil hab ich doch gesagt ne du hast egal so dann sind jetzt 1,2,3 hier so was passiert wenn die nach wenn die nach rechts gehen müsste erlisten will wie stop by a wall or other barrier so das heißt du kannst dich nach links oder rechts doch nach links oder rechts bewegen sodass die dann zu zweit sind na man könnte jetzt zum beispiel hier auch schon am anfang direkt sagen hoch dann nach links ne nicht nach links hoch 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 ist der ausgang genau jetzt können wir jetzt müssen wir auf jeden fall entweder nach links oder nach rechts ich würde sagen man macht nach rechts du musst sie ja irgendwie aber wieder auseinander kriegen oder ich finde wir müssen jetzt erstmal durch bekommen also das geht doch wir machen hier rechts wenn wir hier rechts machen ist 1,2 und 3 auch nicht vergessen the lift will stop moving when it reaches its goal das heißt wir können die anderen feststecken rechts und können einen hoch bewegen so der geht hoch 1,2 gehen hoch 1,2 gehen nochmal hoch dann sind sie hier eins ist hier zwei ist hier dann nach links nach rechts dann geht rechts so hoch dann sind beide auf dem ziel dann machen wir links dann ist 3 hier dann hoch 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 und dann ist 3 im ziel ja so passt also ich zeig das nochmal hoch 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 hier sind dann die 1,2 und 3 die 3 2 triff auf die 3 das ist dann ein brocken ne doch achso du meinst hier ein brocken ja so gut den brocken ist egal gibt's nicht also hier ist dann hier ist dann 1 rechts rechts dann geht die 2 hoch die 2 geht nochmal hoch die 1 und die 2 gehen hoch 1 ist hier 2 ist hier dann gehen sie 1 nach rechts und dann gehen sie hoch ziel erreicht ziel erreicht dann müssen wir uns nur noch um die 3 kümmern die geht dann von hier aus wieder 1 nach links hoch 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 ziel ja echte Biene da werden so fratzen gezogen in dem spiel das ist sehr gut das macht es ja richtig spannend noch eins hoch nach rechts hoch perfekt links hoch 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 ja auch auch die die mehr schlechte lang die den das den Wenn es gecheckt wäre. Warum? Weil wir eines zu wenig hatten. Oder denkst du, da gibt es mehrere Lösungsansätze? Ich glaube, das war zu simpel. Vor allem, du hast hier nur zwölf Züge. Lass uns hier raus! Warum? Warum? Oh! Oh! Der hat sich vor denen versteckt. Der wollte... Der hat die da rein geholt. Quasi das Gegenteil erreicht. Deswegen hat er uns auch geholfen am Schluss. Ihr Job, das wird alles sein. Oh, okay. Hey Tethers, was ist ein neun-letter-Word für »Battling«? »Rekondite, Sir«. Dankeschön, Tethers. Keine Ahnung, du bist unser Star-Puzzle-Agent. Danke, Sir. Okay. Sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Ich denke, wir haben wohl ein Puzzle vergessen. Und wir hatten noch zwei offen, ne? Ja, aber was mich jetzt fertig macht, die Story wird ja mal null. Das war ja mal gar nichts. Ist ja auch scheißegal, das war nicht unser Job. Wir haben unseren Job erledigt. Ja, aber... Just in time, richtig? So sieht's aus. Warum? Was ist jetzt mit dem Gnom? Was ist mit dem anderen Typ? Was ist mit dem Rest von der City? Ist egal, das ist nicht unser Job. Drück halt mal S Kappe. Geht auch nicht. WTF? Lass es halt durchlaufen. WTF? Ich glaube nicht, dass nach dem Abspann noch was kommt. Geht es in »Puzzle Agent 2« so weiter, Jeff? Gibt's da auch »Hidden People« und »Gnomes«? Geht da die Story weiter? Der Fall für Akte X. Ja, richtig, da muss Akte X rein. Da gab's doch das PS1-Spiel, das spielt bestimmt in der Stadt. 100 Pro. Ich hab' keine Ahnung, oder so lange her. Aber es kommt ja bestimmt, wenn es einem Sale ist, hol' ich's weiter auch. Und dann können wir ja das auch streamen. Das macht mich fertig. Könnt ihr ja auch spielen, ja, ich hab's auch vor. Aber jetzt ist halt die Frage, ähh... Erst »Dark Souls 3》-Deal-Zieh'r? Oder willst du sofort »Puzzle Agent 2« weiterspielen? Ach so, und Dei Dark Souls steht an. Mach' man den Dark Souls-Deal-Zielthin, dann Mach' mal »Puzzle Agent 2«, wenn wir mit dem fertig sind. Und zwischendrin noch »The Halloween-Stream«. Hallo, wir haben noch ein anderes Game, was wir auch... uh, was auch eine Fortsetzung ist. was mit y und so sieht es aus ganz vergessen ja da ist nicht mit mir nicht stimmen mit mir das stimmt wir haben noch ist zwei erlaubt dann mach mal dark souls und der halloween stream damit der zwischen drei stunden und ich vermute dass wir dark souls mit ist muss noch live ist wenn ich weiß doch an welcher ja musst du spielen du bist doch an welche bedingungen es geknüpft war einer von euch ist fällt auf kalt die spiel einer von uns nicht schafft das sagt der job muss es machen ich war da raus der spielt es eh nicht da aber er hat immerhin trails in the sky probiert und dark souls die also der erscheint am dienstag jetzt ist die frage machen wir das am dienstag oder sagt man direkt wir machen uns am samstag dass man mehr zeit haben und ich dachte samstag war samstag das heißt durchschauen quasi genau das heißt wir machen dann nächste woche unter der woche keinen stream sondern am samstag maraton stream maraton stream ja 80 stunden was es acht stunden ich weiß ja siehste mal casey lord plus one das heißt wir fangen dann wahrscheinlich mittags schon an ja und bin ich gegen abends habe ich dann noch zeit das ist gedeckt mal einer hat sein tier nitro t1 genannt stimmte und nächste doch was auch vielleicht kommt das letzte rätsel noch am abspann ja genau setzt den abspann zusammen passel free play ja das war's liebe freunde liebe stream gemeinde danke an die wir haben alle passel das war nur die die wir nicht vernünftig gelöst haben ja das ist es wie gesagt dann vielen dank fürs einschalten und wir sehen uns am samstag in einer woche ich wird irgendwann gegen mittags also so 12 12 12 rum denke ich kann man noch gediegen ausschlafen können loslegen können ich bin da ich schon lange aber es ist schon lange wach so sieht es aber auch früher anfang genau tschüss macht's gut tschüss tschüss